das sieht schön aus und damit wurde das gilt heute spielen wir eine runde GTA und ich hatte mir vorgenommen lasst uns mal alles neues kaufen was jetzt in dem neuen Update rausgekommen ist also damit gehen wir erstmal in den Job gehen hier hin kaufen uns erstmal hier ein schönes ja wie ich wie ich das eigentlich jetzt noch mal im wie hieß in der Arena was zum unterstellen von allen natürlich das teuerste gehört sich natürlich so habe ich genug Geld Sieht geil aus da war das dann Schaliger alle privaträume ja ok ich glaube das sieht schöner aus so und damit wurde das Geld bezahlt so jetzt kaufen wir uns ein paar Fahrzeuge obwohl nee wir kaufen uns nur ein Fahrzeug und das tun tun wir hier ich habe irgendeine Lust auf den hier sieht so geil aus meiner Meinung kaufen wir den mal den tun wir auf die B1 liefern lassen so gehen wir hier zu unserer netten Frau und lass uns mal ein Fahrzeug vorfahren und das fahren wir hmm jetzt können wir den fahren der die hier ist der das ist der B1 Klassik ich weiß nicht das ist Klassik wir pirieren die Klassik jetzt die die so ist es denn eigentlich ist das gar nicht okay wusste nie dass ich dort eine garage jetzt weiß es hier unten das arenawerkstatt da lang ach ja hier hinten war ja die arena das war gerade ein komischer Ladefehl die ach ich muss erstmal in die dann gehen wir erstmal in die rein so Och jetzt muss man uns das angucken ich könnte das alles na komm das interessiert mich nicht so hier kommt er jetzt was du denkst du über die national anthem die national anthem ja die national anthem es ist ein sport event patriotism ist bat es ist wie heroin aber es ist nicht ein sport unser tagline ist das ist kein sport das ist Leben und das ist ein sport es ist ein sport ich meine football soccer und und ich meine das ich meine 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 brauche nämlich von riesel da muss man zwischen zu einer art keine mission machen oder so Ich dachte, jetzt muss ich was machen. Nein. Oh, weiter geht's. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Jetzt können wir nachher. Das ist Sascha. Er ist deine Mechanik. Er hat die Fahrzeuge vorbereitet. Sascha! Hallo! Hallo! Arminia! Tecno! Oh, gut, Tecno! Tecno-Party! Good car, eh? This is my car. You bring me your car? I make 20! He's Arminian. You like Tecno. I've worked for the 14 months. That's all I know too. Come on. This is a garage, where you can store your cars and leave instructions for Sascha. Wir gucken länger das, als was ich von das alles gekauft hab. Das ist komisch. Unless you're really into Tecno, I guess. Alright, moving right along. Come on, follow me. And this is your career path. Um, well... 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 Well, this is Peter's career path. We know who you bought the place from. Uh... You guys came to, uh, an unfortunate end. But it's why you got the place, right? Ryan, we are in production here. We are making viral entertainment. Where's my team? Hey! I have to go. Coming, Alan! It's out! Kann man jetzt endlich spielen? Ja, man! Ach, hier geht's raus. Wenigstens kann man hier drinnen. Sieht schon geil aus. Kann ich auch noch sagen. Okay. Eben... Eben 1. Und da steht schon der, den wir gerade eben bestellt haben. Den tun wir jetzt modifizieren und mal gucken. Uh, der hört sich gut an. So, bremsen. Ähm... Sieht man zwar nicht, aber... ... Alles wird reingemacht. Was? Okay. Motor. So... Motor. Mach' das. Hupe. Machen wir nur... Lab... Lab, TCC. Lichter... Scheinwerfer. Die müssen rein. Dann mach' das. Und da muss auch blau rein. Das ist geil aus. dies 1 gibt es da irgendwas schönes meine meinung nicht norma was kann man denn das böse das ding überhaupt ein kennzeichen bekommt roll getrieben luxus serien da liebe ich immer dieses diese hier die jan immer hier mal der europa schwarze treiben reifen musste ja eine künftige jahr fein qualm nur schwarz so waffen das gut ja und tja so und jetzt haben wir alles fertig arena verlassen sitzt ich war lieber auf die straße ja gucken was passante zu dem fahrzeug sagen gucken was sie jetzt sagen was sagen sie zu den seitenteilen ach man bekommt schön sterne wo es ruckelt jetzt komischerweise das ist mit dem chrome zu tun ein bisschen ja eben davon die stadt rein noch mal kurz ein bisschen raus nein meine tue ist ab das ist ja geil das ding wirklich naja naja leute das war es jetzt wieder mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen lasst eine gute wertung da und wenn es euch gefallen hat ja lasst es mich in den kommentaren noch mal wissen ob wir noch ein teil sehen wollt wo ich auch was normales spiel ist also bis nächstes mal ciao are you listening damn ja ja Uh Yeah